Ich bin an diesen Hügeln, wo wir gestern waren und auf die Mauer geguckt haben. Was ist das denn hier? Ich will mich aner schlagen. Ok, ich komme. Wo bist du denn du? Im Stockberg oder was? Nein, nein, daneben. Ach echt? Sehe ich nicht. Jetzt sind wir am Rohbau. Auf der Hauptstraße vom Rohbau. Der Typ will mich in die volle locken. Hauptstraße, Rohbau. Gibt es zwei Rohbau oder was? Nein. Bist du denn mit dem Rucksack? Ja, da hinten läuft einer. Ah, da ist noch einer. Da wo mein Mörder war. Pass auf, da hinten ist noch ein zweiter. Die sind hinter der Mauer. Da wo der gerade verschwunden ist, da ist der zweite. Da ist der mit der Waffe. Ja, ich sehe jetzt. Einer kommt zu uns hin. Oh, der zweite hat aber gar nichts. Ok, die holen wir uns. Hast du den getroffen? Keine Ahnung. Wir sind in der Mauer reingegangen, wo du lang gelaufen bist. Nein. Oh! What? Ich habe übelste Lacks gerade. Ja, irgendwie habe ich den gerade nicht getroffen. Ich habe den voll verfehlt. Ich weiß nicht warum. Nicht auf mich. Ja, schon klar. Der ist da hinten rüber. Siehst du da? Da ist der andere Bambi. Pass auf. Pass auf, der Bambi gehört irgendwie dazu. Die wollen uns in die Falle locken. Pass auf, die wollen uns in die Falle locken. Nicht da hinten hinlaufen. Ich brauche Shotgun-Munition, also will ich das jetzt nicht gerade direkt abfahren. Die locken die Leute in die Falle, um sie abzuschießen. Wo bist du? Ja, ich bin da runtergekochen, weil du hast das auch gemacht. Hä? Ja, ich bin jetzt an der Hauptstraße. Ah, an der Hauptstraße. Ja, ich habe dich in den anderen Typen gesehen. Hier schießt auch einer, gell? Das war ich. Achso. Dreh den mal um. Ja, verprügel den. Musst du dich verbinden? Nee. Ah, pass auf, da kommt der andere. Oh, dass man dabei stehen bleiben muss. Oh, was? Ich habe den am Rücken getroffen. Ich bin schon wieder getroffen. Nicht auf mich. Uh. Oh ja. Vollstreffer. Er blutet. Geh auf den anderen. Der andere blutet. Mit einem roten Rucksack. Wow. Wow. Ich muss aufpassen, dass ich dich nicht treffe. Oh, den habe ich nochmal erwischt. Oh, den habe ich auch erwischt. Oh, den habe ich auch erwischt. Das hört sich irgendwie deutsch an. Seid ihr zwei Deutsche? Was geht ab? Das andere auch. Sonst nur gründlich. Aua! Ja, er hält mir! Volltreffer! Nein! Nicht den! Der blaue gehört zu mir! Anders hier den blauen! Ich bin grad wieder aufgestanden. Da haut mich jemand gut. Ah, hab dich nochmal erwischt! Oh, was? Bist du tot? Nö, ich lebe, aber bist du weg? Ja, ich bin nur weggelaufen, dem Typen hinterher. Jetzt ist er mir tatsächlich entkommen. Der Typ in Rot? Ich bin aus dem Kran entkommen. Aber bitte, ich muss mich schnell verbinden. Wo ist der Typ? Hast du den anderen Typen gefunden? Der ist beim Kran. Aber der ist jetzt weggelaufen, glaub ich. Die Leute, hier oben ist Echen und so. Was ist denn hier los? Den CONFONER Und dem questioning. Und dann, wenn Sie das ausschließlich sind. Und wenn Sie das nicht sehen und lassen, Und du bist! Nichts, nicht nur jemanden. Also, wo der ist juices ist, dass ich mich immer wieder aufgeregt ist. Und du bist. Und du bist. Und du bist. Und du bist. Mit einer aus culturesisch. Und du bist! Und du bist. Und du bist. Wer ist denn hier am Reden? Das sind die beim Kran, beim Kran sind zwei Leute, die haben mich geboxt. Und ich bin oben. Bist du das in der Luft? Okay, ich komm mal runter. Bei den Röhren waren die gerade noch. Selfie mal bitte kurz, ich komm jetzt runter. Du hast mich eben angegriffen, Mann. Mich und meinen Kumpel. Ja, du. Du hast sofort geschossen. Nein, ich hab da gar nichts zum Schießen, Mann. Ja, warte, chill, 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 ist gut, ist gut. Wir haben überhaupt nicht geschossen. Wir sind angegriffen worden, wir zwei. Und zwar von dem Typen mit dem gelben Rucksack. Nein, das waren wir gar nicht. Ja, weißt du, wer mich zuerst angriff? Das ist mein Kollege. Der kam zu mir und hat mich direkt geboxt. Ein Kollege, der hier auf dem Boden liegt. Wow. Ich bin tot. Ich bin tot, Mann. Jeder von denen ist tot. Das gibt's nicht, ey. Komm schon. Er ist da. Er ist da. Find ich sie alle, find ich sie alle und zieh sie aus. Was war denn das für ein cooler Typ? Ich hab ne Mose. Alles ausziehen da. Alles ausziehen da. Dann ist der da umgekippt. Wie geil ist das denn? Habe ich den soweit gefinisht? Ich bin direkt in dem Rohbau. Lava. Lava, komm her. Ja. Ich komme. Ich seh ihn schon in den Rohbau. No, Forrest. No. Du hast aber nichts zu trinken. Ich muss unbedingt was zu trinken sagen. Ja, wir gehen an den Brunnen. Wir gehen an den Brunnen. Ich hab's locker. Wie steckt denn hier? Hä? Nein, komm her. Komm her. Wo bist du? Ja, ich komm. Ich komm mal. Wir müssen die Typen zerstückeln. Dann haben wir was zu essen. Okay. Ich hatte mal Streichhölzer. Die sind natürlich jetzt weg. Die die ausmacht aus den Steaks. Ich kann mein Messer nicht in die Hand nehmen. Komm mal. Ich bin da. Da bin ich. Hallo. Ich kann mein Messer auch nicht wegwerfen. Hä? Was ist da los? Schlägt wirklich irgendwo einer? Ist ja irgendwo ein unsichtbarer Typ, oder? Äh, wo ist denn die Schottka? Noch da. Hä, schlägst du? Ne, ne. Ich kann die gar nicht schneiden irgendwie. Geht das mit dem Ding nicht? Mit der Machete? Du hast gar nichts in der Hand bei mir. Ach so. Ja, die ist irgendwie verpackt, die Machete hier. Ich nehme die von Bambi. Hier liegt ja noch einer. Ach ne, die ist ruiniert. Fuck. Ja, da liegt noch einer. Irgendwo noch ein Messer gewesen? Ne. Nur die Machete von mir. Die ist eigentlich okay. Die schwebt hier in der Luft. Aber ich kann sie... Okay, jetzt habe ich sie in der Hand. Was kann ich damit machen? Ich geb's dir die... Oh, da kommt jemand! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ganz ruhig, mein Freund. Da kommt noch einer! Und der brennt! Der brennt, der brennt! Oh Gott. Oh Mann, ich will jetzt nicht sterben. Lass mal abhauen. Die haben eh nichts. Und man kann die Leichen irgendwie nicht essen. Warum auch immer. Was denkt der sich eigentlich?